Musik Musik Thorsten Huttney, Werbführer der Feuerwehreinheit Wir haben im Moment 54 Aktive und feiern an diesem Wochenende unser 105-jähriges Jubiläum. Dazu zählen bei unserer Veranstaltung die Firefighter Combat Challenge. Dort treten knapp 70 Personen aus ganz Deutschland gegeneinander an. Wir haben Kinderkarussell, eine Hüpfburg, diverse Ausstellungen, THW, Polizei, Wasserschutzpolizei, unsere eigenen Fahrzeuge. Jetzt werden die 20 Kilo nach oben gezogen. Kommt jetzt, Mann, zieh dran! Da kommen die Zeichen. Keine Fehler bis jetzt. Treppe runter. Jetzt gucken die Schiedsrichter ganz genau, wird jede Stufe mitgenommen oder nicht. So, rauf auf die Kaiser Forst. Jetzt ziehe ich gleich auf, die beiden. Und rüber, zack, abgelegt, alles richtig gemacht, hier auf der Seite, da auch, jawohl. So, dann gehen wir einen ganz langen Vorsprung wieder eingedranken. Ja, das muss aber hier jetzt auch passen. Nein, nein, nein. Aber abgerechnet wird hier immer ganz am Ende. Sauber. So, beide am Little Randy, 80 Kilo, die wollen jetzt noch nach hinten geschleppt werden. Und genau, das finde ich toll. Wir resieren dann alle Männer hier. Wir müssen hier ein Ende zusammenbringen. Hier ist dann auch der Vorfeld der Koppel-Challenge im Jahrtag in diesem Jahr, 2020. Kommt, wo die Zeit stehen bleibt, das habe ich gesagt. Und? 2.13, 6.5, 2.13, 8.0. Und das ist das, was ich sage. Am Ende wird abgerechnet. Und das ist dann auch ein Vielen Dank.